Hi, Robin hier wieder von postprofessionals.de. Leider erst nach einer etwas längeren Pause, einfach weil so viel zu tun war, aber ich plane wieder viel regelmäßiger mit Infos, Tipps und Tricks rund um Final Cut Pro X und Motion einzusteigen. Und wenn das auch was ist, was ihr sehen möchtet, dann unterstützt mich mit einem Daumen hoch oder gar mit einem Abo und klickt auf die kleine Glocke, um benachrichtigt zu werden, wenn es soweit ist. Und wenn ihr ein umfangreiches Final Cut Pro X Training auf Deutsch allgemein sucht, dann findet ihr hier oben rechts und in der Beschreibung einen Link auch dazu. Aber genug davon, wenden wir uns das eigentliche Thema zu. Es gab wieder Updates für Final Cut Pro X Motion und Compressor und zwar schon das 27. für Final Cut Pro, wie immer gratis und ich will euch einen schnellen Überblick über die Neuigkeiten geben, dass ihr vielleicht etwas weniger suchen müsst und eventuell sogar das ein oder andere entdeckt, von dem ihr noch gar nichts wusstet. Also die aus meiner Sicht zumindest wichtigsten Punkte schnell erklärt, steigen wir ein. So, nach dem Update, wenn man Final Cut Pro X das erste Mal wieder startet, kriegt man wie gewohnt ein Fenster mit neuen Funktionen angezeigt. Und hier sehen wir auch schon die wichtigsten Punkte aus Apples Sicht. Angefangen bei den Arbeitsablauferweiterungen. Schönes Wort. Hierbei geht es jedenfalls darum, dass Drittanbieter endlich neue APIs, wie sie genannt werden, nutzen können, um Funktionalität direkt in die Benutzeroberfläche von Final Cut Pro X zu integrieren. Zum Thema werde ich noch ein gesondertes Video machen, am Beispiel von der gerade angekündigten Erweiterung von Frame.io, die das Arbeiten mit dem Dienst um Welten vereinfachen wird. Hier haben wir schon mal ein kleines Preview. Ich weiß auch, dass sich zum Beispiel Nutzer von bestimmten Media Asset Management Anwendungen in naher Zukunft über eine entsprechende verbesserte Integration freuen dürfen. Aber die Erfahrung zeigt auch, dass mit Sicherheit es noch viele andere nette Überraschungen von Drittanbietern geben wird, die diese API nutzen. Also abfahren. Die restlichen drei, nämlich die neue Stapelausgabe, auch Batch Export genannt, die neue Video-Rauschunterdrückung oder die Noiser in Form eines Filters. Und auch die gleich zwei neuen Timecode-Fenster wollen wir uns neben noch einigen anderen Kleinigkeiten, aber auch Großigkeiten, je nachdem worauf man steht, jetzt anschauen, die hier nicht aufgeführt sind. Also fortfahren geklickt und wir schauen uns mal als erstes die Stapelverarbeitung an. Eine Funktion, nach der ich auch schon lange schreie. Warum, denke ich, ist relativ schnell ersichtlich, wenn man sich zum Beispiel die Mediathek für meinen Final Cut Pro 10 Training anschaut, die ich hier mal geöffnet habe. Denn einmal geschaut, sieht man, dass das ganze inzwischen aus sage und schreibe über 130 Projekten oder auch Kapitel besteht. Ich denke, da kann sich jeder ganz grob vorstellen, wie es mir also bisher ging, wenn die Zeit für den Export des Ganzen gekommen war. Ich habe nämlich im bestmöglichen Fall regelrecht über 130 mal Command E für Export drücken müssen, dann Eingabe, um nur ein Kapitel loszuschicken. Allein den Überblick zu behalten, was man denn tatsächlich schon losgeschickt hatte und was nicht war ziemlich anstrengend. Tja und das ist nun Geschichte. Wenn ich jetzt alle oder von mir aus auch nur so die ersten acht ausgeben möchte, brauche ich sie nur alle auswählen und kann sie jetzt entweder per Rechtsklick und im Popup Menü acht Projekte teilen und dann den gewünschten Zielort wählen oder eben über das Ablagemenü meinen Zielort wählen oder gar alle acht an Compressor senden. Oder halt ganz normal oben rechts meinen Zielort wählen. Wo ich in allen Fällen ins Fenster für die Ausgabe komme. Hier sehe ich nun auf der linken Seite eine Liste der zuteilenden Projekte aufgelistet. Rechts dann die üblichen Felder für Beschreibungen, Ersteller und Tags. Wobei, wenn ich hier für die Beschreibungen oder die Tags etwas eintragen würde, wo im Moment mehrere Werte steht, dann würden diese Einträge natürlich für sämtliche Projekte übernommen werden, insofern überhaupt sinnvoll. Sonst lasse ich so, womit natürlich die Info, die ich im Infofenster des jeweiligen Projekts eingetragen habe, für die Ausgabe übernommen wird. In der Infozeile darunter habe ich Angaben für Dimensionen, Bildrate, aber keine Zeitangabe, da diese sich ja in diesem Fall von Projekt zu Projekt unterscheidet. Ich sehe, ich habe acht Dateien gewählt und was ich sehr nett finde, ist dass die geschätzte Größe daneben tatsächlich eine kumulative Angabe ist. Also wie groß Final Cut Pro meint, alle zusammen sein werden. Fahre ich aber mit der Maus darüber, kriege ich sogar die geschätzte Größe für jedes Projekt einzeln aufgelistet. Unten links dann wie immer die gewählte Voreinstellung bzw. das Zielort. Einmal weitergeklickt und Speicherort gewählt, sehen wir danach im Hintergrund Aktionenfenster, wie tatsächlich alle Projekte nacheinander abgearbeitet werden. Endlich! Als nächstes die Video Rauschunterdrückung. Dafür habe ich mal ein klassisches Beispiel geladen, und zwar ein Handyvideo von mir, was bei schlechten Lichtverhältnissen bei einem Konzert aufgenommen wurde. Wer bereits einen beliebig anderen Rauschunterdrückungsfilter besitzt, wird wissen, wie kompliziert diese einerseits einzustellen sein können, aber noch viel schlimmer, wie unerträglich langsam sie rechnen. Ich für meinen Teil kenne zumindest sehr wenige solche Filter, die nicht zum Teil bis zu einigen Sekunden pro Bild brauchen, wenn sie einmal angewendet werden. Was nicht nur das Arbeiten extrem erschwert, sondern natürlich auch den Export exponentiell verlängert. Nun, in klassischer Apple-Manier ist dieser Filter mit nichts anderem vergleichbar, was ich kenne, was diese beiden Themen angeht. Ich wende das ganze einfach mal auf meinem Clip an und wir können es uns einfach mal anschauen. Wobei es in der aktuellen Version mal wieder eine Unregelmäßigkeit in der deutschen Übersetzung gibt. Während die 360 Grad Version 360 Grad Rauschunterdrückung heißt und natürlich in der 360 Grad Kategorie zu finden ist, womit wir im übrigen auch wissen, dass es eine spezielle 360 Grad Version gibt, welche entsprechende Nähte in meinem 360 Grad VR Bild verhindert, finden wir die reguläre Version unter Grundlagen, welche wiederum Störungen reduzieren heißt. Etwas verwirrend wie ich finde, aber vielleicht können die sich ja in einer zukünftigen Version auf Rauschunterdrückung einigen, die zumindest von mir bevorzugte Bezeichnung. Einmal auf meinen Clip gezogen, können wir uns jetzt die Parameter im Informationsfenster dazu anschauen. Wie man glaube ich ziemlich schnell sieht, könnte die Bedienung kein bisschen einfacher sein. Und die Geschwindigkeit, wie wir gleich sehen werden, ist einfach unglaublich. Inwieweit das Ergebnis sich wiederum Pixel für Pixel mit anderen Produkten qualitativ vergleichen lässt, sei erstmal dahingestellt, da ich selber bisher nur recht unwissenschaftliche Vergleiche angestellt habe, zu denen wir aber auch gleich noch kommen. Wenn es dahingehend ein kommerzielles Produkt gibt, was jemand getestet bzw. verglichen sehen möchte, sagt es mir einfach in den Kommentaren und ich schau mal was ich tun kann. Als Einstellungen haben wir also nur zwei Popup Menüs. Einmal für die Stärke der Rauschunterdrückung und einmal einen womit wir das Bild nachschärfen lassen können. Für die Stärke haben wir vier Stufen Gering, Mittel, Hoch und Maximum. Und für das Nachschärfen sieben Stufen von gar nicht bis Maximum. Danachmäßig stehen sie auf Mittel und Gering, was nach meinen ersten Erfahrungen eigentlich meistens auch schon reicht. Hier muss man natürlich im Einzelfall schauen, was am besten funktioniert. Wenn ich zum Beispiel mal an einer Stelle mit diesem blauen Himmel fahre, wo das Rauschen doch sehr sichtbar ist und wir schalten den Filter einfach mal ein und aus, sieht man doch schon eine merkliche Verbesserung. Aber das absolut Erstaunliche ist einfach die Geschwindigkeit. Denn ob ich die Stärke verändere oder an einer anderen Stelle des Clips fahre, sehe ich immer nur ein sehr kurzes Aufblitzen von Rauschunterdrückung Verarbeiten am unteren Rand des Viewers. Und nach einem Bruchteil einer Sekunde ist das Rauschen bereits reduziert. Ich kann zum Beispiel auch die unterschiedlichsten Stärken auf einem Bild ausprobieren, womit sie auch immer nur einmal berechnet werden, womit das Zurückschalten auf eine andere vorherige Stufe quasi in Echtzeit erfolgt. Man kann also ohne Minuten seines Lebens zu verlieren, etliche Kombinationen ausprobieren, um die höchstmögliche Verbesserung für das Bild zu erzielen. Wobei man bei der Stärke darauf achten sollte, dass das Bild nicht zu weich wird, da mit einem hohen Nachschärfen kombiniert man schnell ein unnatürliches Bild bekommt. Man sollte es natürlich auch mit mehreren Stellen des Clips probieren und vergleichen. Was obendrein auch noch unglaublich clever ist, ist dass der Filter, wenn er noch nicht gerendert wurde, sich beim Abspielen deaktiviert. Ich habe also zu jeder Zeit die bestmögliche Performance. Ich muss also nicht, wie bisher mit so ziemlich jedem anderen Rauschfilter ich es gemacht habe, es bis zum Schluss ausgeschaltet lassen, um wenigstens halbwegs arbeiten zu können. Ich habe auch einmal den gleichen Clip dupliziert und übereinandergelegt, auf dem einen den Rauschfilter von Final Cut Pro und auf dem anderen den Rauschfilter von Neat Video der Version 4.8 angewendet und den oberen zur Hälfte beschnitten. Bei Neat habe ich die Autoanalyse benutzt, also nichts besonderes eingestellt oder lange dran rumgefummelt. Wobei auch das schon bedeutete, dass ich einige Klicks mehr benötigt habe als mit dem Final Cut eigenen Filter. Abgesehen davon muss aber auch immer ein extra Fenster aufgerufen werden, um eventuelle Änderungen vornehmen zu können. Also vom Aufwand her schon deutlich höher. Der Final Cut eigene ist auf hoch für das Entrauschen und gering bei der Schärfe eingestellt. Wenn ich den Beschnitt einmal hin und her bewege, insofern sich das ganze hier auf YouTube nicht sowieso völlig versendet, glaube ich sieht man, dass die Unterschiede doch sehr gering sind. Aber auch wenn die Unterschiede größer ausfallen würden, ist das Ergebnis für mich persönlich mehr als akzeptabel und in diesem Fall zumindest ein Grund sich das extra Geld für einen Drittanbieter Filter zu sparen. Was im Fall von Neat immerhin einen Betrag von 75 bis 250 Dollar beträgt, je nach verwendetem Programm. Was wiederum der Unterschied hinsichtlich der Performance angeht, sieht man schnell, wenn ich einfach das ganze einmal abspiele. Wir sehen im Gegensatz zu dem Final Cut Filter alleine angewendet, ist die Wiedergabe jetzt deutlich schlechter. Im Grunde zu schlecht um normal weiterarbeiten zu können, ohne vorher das ganze zu rendern, also das was man von jedem anderen Rauschunterdrückungsfilter auch nicht anders erwartet. Wie gesagt ein unwissenschaftlicher Test, aber ob einem der Unterschied die zusätzlichen Kosten wert sind, das muss natürlich jeder selbst entscheiden. Mir persönlich würde das Ergebnis von Final Cut in diesem Fall völlig ausreichen. Aber probiert es mal mit eurem Material aus und lasst mich in den Kommentaren wissen, was ihr davon haltet. Vielleicht habt ihr ja auch andere Produkte für einen Vergleich und könnt mir eure Ergebnisse mitteilen. Es würde mich schon sehr interessieren. Als nächstes wollen wir uns nicht ein, sondern gleich zwei neue Timecode Fenster anschauen. Ein Feature, was ich weiß, sich viele schon sehr lange wünschen. Es gab bzw. gibt zwar auch Lösungen von Drittanbietern, die sogar gratis waren oder sind, aber die haben in der Regel nur eine Anzeige für den Timecode des Projekts, aber keine Anzeige für den Source oder zu deutsch Quell-Timecode. Beide neuen Fenster können wir über, welche Überraschung, das Fenstermenü öffnen. Hier unter Projekteinstellungen finden wir als erstes Projekt-Timecode. Einmal ausgewählt, öffnet sich ein schwebendes Fenster mit dem Namen meines Projekts oben drüber und natürlich eine Anzeige des Timecodes, an dem ich mich gerade mit meiner Abspülposition oder auch mit meinem Skimmer stehe. Das Fenster lässt sich natürlich vergrößern und wieder verkleinern und hat oben rechts ein Popup-Menü, mit dem ich die Transparenz des Fensters in drei Stufen bestimmen kann. Das alleine würde ja wie ich weiß schon einigen sehr helfen. Aber wirklich interessant wird es mit dem zweiten Fenster, dem Quell-Timecode-Fenster, was wir unter dem ersten Fenster im Fenster-Menü finden. Wählen wir es aus, bekommen wir ein zweites schwebendes Fenster. Dieses wiederum hat auf Anhieb weit mehr Informationen. Wobei es sich standardmäßig auch nur auf den Timecode des oder der jeweiligen Clips, über den ich oder die ich gerade mit meinem Skimmer oder der Abspülposition stehe. Ich kann es auch im Gegensatz zum anderen Fenster an der unteren Ecke insgesamt vergrößern, oder auch nur an den Kanten jeweils vertikal oder horizontal vergrößern. Hier sehe ich, wie der Name ja schon sagt, den Timecode des Clips angezeigt, unabhängig vom Timecode des Projekts. Darüber hinaus kann ich aber auch auf Anhieb durch die Farbe der jeweiligen Zeile auch erkennen, welche Video- bzw. Audio-Rolle die Clips zugehörig sind. Es geht aber noch viel weiter. Zum Beispiel wenn ich ein Clip in der Timeline angewählt habe, dann ist der gleiche gelbe Rahmen, um dessen Anzeige im Quell-Timecode-Fenster zu sehen. Und wo wir vor ein paar Versionen die Möglichkeit bekommen haben, über das Bearbeiten-Menü den aktuellen Timecode des Projekts zu kopieren, können wir jetzt mit einem Rechtsklick auf eines der Zeilen im Quell-Timecode-Fenster den aktuellen Timecode des jeweiligen Clips, dem jeweiligen Clip selbst oder sogar den aktuellen Timecode aller momentan aufgelisteten Clips gleichzeitig kopieren. Wenn ich das einmal wähle und jetzt zu einem beliebigen Textprogramm wechsle und hier CMD-V drücke, setze ich damit sämtliche Timecode-Informationen aller Clips sogar samt Namenangabe aus meiner Timeline ein. Ziemlich cool. Und ich denke darüber werden sich einige User aber auch Entwickler sehr freuen. Und wenn mir das Verwalten zwei solcher schwebenden Fenster zu viel ist, dann kann ich das Projekt-Timecode-Fenster schließen. Und wenn wir oben rechts auf das Popup-Menü des Quell-Timecode-Fensters klicken, sehen wir hier neben den schon bekannten Optionen, die Hintergrundtransparenz einzustellen, oben noch zwei weitere Darstellungsoptionen, wo die erste in der Liste auch Projekt-Timecode ist. Aktiviere ich das einmal, kriege ich damit mein Projekt-Timecode auch in diesem Fenster ganz oben angezeigt, kann mir also im Zweifelsfall das zweite Fenster komplett sparen. Oder halt auch andere Informationen ein oder eben ausblenden. Wenn mir also zum Beispiel nur die Farbe der jeweiligen Rolle zur Identifizierung nicht ausreicht, dann kann ich auch diese als Text zuschalten. Womit die jeweilige Rollenbezeichnung zwischen Clip-Namen und Timecode steht. Die nächste Neuerung ist etwas auf das ich glaube auch wiederum sehr viele meine Wenigkeit mit Inbegriffen schon seit sehr langem waren. Ein hervorragendes neues Feature, was die Farbkorrektur angeht und etwas, was man bisher bestenfalls mit Drittanbieter-Plugins meist mehr schlecht als recht bekommen konnte. Und zwar ist das ein neuer Vergleichs-Viewer. Diesen findet man nun im Fenstermenü unter im Arbeitsbereich Anzeigen und Vergleichs-Viewer. Wählt man es aus oder drückt CTRL CMD 6, bekommt man links neben dem regulären Viewer den neuen Vergleichs-Viewer. Hier sehen wir erstmal ein sehr ähnliches Bild wie auf der rechten Seite. Fahre ich aber mit meinem Skimmer über meinen Clip, sehen wir, dass sich das Bild aber nur rechts bewegt, das linke bleibt statisch. Das ist deshalb, weil wie wir am unteren Rand des Vergleichs-Viewer sehen können, wird hier die nächste Schnittmarke angezeigt. Mit anderen Worten, das erste Bild des nächsten Clips in der Timeline. Fahre ich mit dem Skimmer über den zweiten Clip, wird der Vergleichs-Viewer schwarz. Denn das ist das, was als nächstes in der Timeline kommt. Gornix. Bleibe ich über den zweiten mit der Abspielposition stehen, kann ich aber auf vorherige Schnittmarken umstellen, womit ich wiederum das erste Bild des vorangehenden Clips sehe. Wir sehen auch, dass sie farblich nicht gerade gleich sind. Denn ich habe bisher nur den zweiten Clipfarb korrigiert, den ersten aber noch nicht. Das Problem hier ist aber auch, dass sich die Lichtverhältnisse während der Aufnahme zwischen diesen beiden Ausschnitten verändert haben. Mit anderen Worten, wäre das nicht der Fall, könnte ich ja einfach den zweiten Clip mit Command C kopieren und mit Command Shift V über die Attribute einsetzen Funktion die 3 Farbkorrektur Filter, die ich für den zweiten Clip verwendet habe, auf den ersten Clip anwenden. Und alles würde gleich aussehen. Wenn ich das aber tue, sehen wir dank des Vergleichs-Viewer, dass es doch einen merklichen Unterschied zwischen beiden gibt. Bisher also musste ich mit dem Skimmer permanent hin und her fahren, um sie miteinander vergleichen und vernünftig anpassen zu können. Das gehört aber nun endlich der Vergangenheit an. Ich kann jetzt einfach an einer beliebigen Stelle im Clip stehen bleiben und in der Farbtafel die entsprechenden Belichtungs- und Sättigungseinstellungen vornehmen, um sie präzise aneinander anzupassen. Schalte ich noch das Scopes Fenster mit Command 7 dazu, welches natürlich bei jeder vernünftigen Farbkorrektur nie fehlen sollte, dann erscheint dieses Links von meinem Viewer. Aber wenn ich durch Anklicken des Vergleichs-Viewer Fensters diesen aktiviere und nochmals Command 7 drücke, bekomme ich sogar ein zweites Scopes Fenster links neben dem Vergleichs-Viewer, welches auch individuell konfiguriert werden kann. Das ist natürlich auch unerlässlich um sicher gehen zu können, dass ich beide auch technisch gesehen bestmöglichst aneinander anpassen kann. Super Sache. Was ist aber, wenn die miteinander zu vergleichenden Clips nicht direkt aufeinander folgen? Wenn es zum Beispiel, wie in diesem Fall, zwischen den beiden einen Umschnitt auf eine andere Einstellung gibt. Egal wie ich die Einstellungen habe oder wo ich in der Timeline stehe, kriege ich so nie die zwei für mich relevanten Bilder nebeneinander. Oder vielleicht ist das erste Bild eines Clips nicht das richtige für einen vernünftigen Vergleich. Vielleicht ist der Clip, den ich für den Vergleich brauche, noch nicht mal in diesem Projekt. Nun, für so solche Fälle haben wir wiederum über dem Vergleich-Viewer-Fenster einen zweiten Reiter gesichert. Einmal hier drauf umgeschaltet, sehen wir gar nichts. Denn ich habe ja noch nichts gesichert. Das kann ich ganz einfach, indem ich mit der Abspielposition über ein Bild stehen bleibe und unten rechts im Fenster den Knopf Bild sichern klicke. Damit füllt sich der Viewer mit dem jeweiligen Bild und ich kann nun zu meinem Clip zurück und die gleiche Korrektur vornehmen. Ich kann auch bis zu 30 Bilder pro Mediathek sichern und diese werden auch in der Mediathek gesichert, bis ich sie lösche. Wie viele und welche ich bereits gesichert habe, sehe ich in dem Bildübersichts-Fenster, was ich mit dem Knopf unten links öffnen kann. Hier sehe ich also, alle Bilder, die ich insgesamt auf alle in der Mediathek befindlichen Projekte bezogen erstellt habe. Das heißt, dass Schnappschlüsse, die ich vielleicht in anderen Projekten der gleichen Mediathek angelegt habe, hier auch erscheinen würden und ich könnte sie als Vergleichsbild verwenden. Ein kleiner Pro-Tipp an der Stelle. Es gibt auch einen neuen Eintrag für Bild sichern in den Tastaturkürzel, welcher aber standardmäßig nicht belegt ist. Gehe ich also mit Altkman K in den Befehl-Editor, suche hier nach Bild sichern, kann ich diesen Befehl einfach auf beispielsweise die F8 Taste ziehen und das ganze sichern. Gehe ich jetzt zum Beispiel zu meinem Konzertvideo zurück, skimme darüber und drücke an beliebiger Stelle die F8 Taste, sehen wir wie sich die neuen Schnappschlüsse zu meinem bisherigen in der Bildübersicht gesellen. Da diese Bilder aber wie gesagt allen Projekten innerhalb einer Mediathek zur Verfügung stellen, kann ich hier auch das Interviewbild als Referenz verwenden, indem ich es einfach anklicke. Oder auch zu meinem vorherigen Projekt zurückkehren und genauso umgekehrt die Konzertbilder als Referenz hierfür verwenden. Insofern überhaupt sinnvoll. Will ich eins davon löschen, brauche ich es nur anwählen und die Rückschritt Taste drücken. Ab dem 31. Schnappschluss werden sie aber so oder so automatisch gelöscht. Angefangen bei dem ältesten bzw. letzten in der Liste. Zweiter kleiner Zusatztipp. Schaut man in die Mediathek selbst, dann findet man hier einen neuen Ordner namens Unterstrich Snapshots auf oberste Ebene. Hier sind sämtliche gesicherten Bilder in voller Qualität im TIFF Format gespeichert, wenn auch mit kryptischen Namen. Gebe ich diese Mediathek also weiter oder öffne es in einem anderen Rechner, stehen einem auch dann sämtliche Schnappschüsse in der Bildübersicht zur Verfügung. Als nächstes gibt es ein paar nette Neuigkeiten für die die 360 Grad VR Video im Programm haben und verarbeiten. Hier gibt es eine kleine aber feine Neuerung für VR Videos, die man in NICHT 360 Grad VR Projekte verwendet, und zwar die recht beliebte Tiny Planet Darstellungsoption. Habe ich ein 360 Grad Video in einem regulären bspw. HD Projekt, kann ich nun das sogenannte Mapping im Informationsfenster unter Ausrichtung von Normal auf Tiny Planet umstellen. Auch wieder etwas, was bisher nur über teils kostenpflichtige Drittanbieter Plugins hinzubekommen war. Hiermit kann ich nun durch die Verstellung des Blickfeld Parameters bei meinem 360 Grad Video den Anschein eines kleinen Planeten erzeugen, also als ob ich in extremer Höhe zum Beispiel von einem Satelliten über der Szene stehen würde. Ein Effekt bzw. Parameter, der natürlich auch animierbar ist. Die gleiche Möglichkeit gibt es im Übrigen nun natürlich auch für 360 Grad Titel. Ein weiteres Feature, was ich glaube auch viele sich seit dem Erscheinen von der neuen Untertitel Funktion gewünscht haben, die Möglichkeit Untertitel im SRT Format importieren, bearbeiten und vor allem natürlich auch ausgeben zu können. Womit wir natürlich eine noch höhere Kompatibilität mit Seiten wie YouTube und Facebook bekommen, auch wenn die bisherigen Formate ITT und CEA 608 für die Masse der möglichen Anwendungen völlig ausreichend fahren. Aber darüber hinaus haben wir jetzt auch die Möglichkeit 608 Untertitel direkt in unser Clip einzubinden und können sämtliche bestehende Untertitel optional auch eingebrannt ausgeben. Aber eins nach dem anderen. Ich habe hier bereits eine Sequenz die deutsche Untertitel im ITT Format besitzt. Um diese jetzt entweder in SRT umzuwandeln oder auch zusätzlich als SRT anlegen zu können, muss ich diese einfach erst als Untertitelrolle anlegen. Dazu mache ich einfach einen Rechtsklick auf eines der Untertitel, gehe auf den Unterpunkt Untertitel Rollen zuweisen, wo ich schon sehe, dass ich nur ITT Untertitel zur Verfügung stehen habe und dann auf Rollen bearbeiten. Habe ich aber noch gar keine Untertitel angelegt, die ich rechts klicken kann, kann ich genauso gut ins Ändern Menü gehen und den Punkt hier wählen. Damit öffnet sich das Fenster für die Rollenbearbeitung. Hier muss ich nur auf das Plus Untertitel Rolle oben rechts klicken und sehe in dem Menü was erscheint, dass ich nun neben ITT und 608 als dritte Option SRT als Untertitel Format habe. Wähle ich das einmal aus, wird damit eine neue Untertitel Rolle im SRT Format angelegt. Standardmäßig mit einer Subrolle für Deutsch allgemein. Ich möchte es aber noch etwas mehr spezifizieren, also kann ich auf den Knopf für Sprache rechts auf der Leiste darüber klicken und hier aus dieser scheinbar endlosen Liste an Sprachen Deutsch und dann Deutschland wählen. Danach kann ich die allgemein deutsche Subrolle mit dem Minus vor dem Namen löschen, wenn ich möchte. Das gleiche mache ich auch gleich mal mit dem 608 Format, da wir es gleich noch brauchen werden. Damit erscheinen meine neuen Subrollen in der Liste und brauche jetzt nur noch Anwenden klicken. Zurück in der Timeline, habe ich noch gar keine Untertitel und drücke dafür Alt C um einen neuen anzulegen, sehe ich nun im Popup über dem Texteingabefenster meine neue SRT und 608 Rollen bzw. Subrollen zur Auswahl stehen. Brauche ich aber nicht, also lösche ich es wieder. Möchte ich aber wie in meinem Fall sämtliche bestehende Untertitel in SRT wandeln, um sie nicht komplett neu eintippen zu müssen, was natürlich mehr Sinn macht, brauche ich nur alle mit Command A auswählen, rechts klicken und kann den Duplikaten einfach die deutsche SRT Subrolle zuweisen. Ich kriege eine Meldung, die mich darauf hinweist, dass hiermit eventuell Texte oder Formatierungen verändert werden könnten, da ja nicht alle Formate dahingehend die gleichen Möglichkeiten haben, was man dabei natürlich auch bedenken sollte und kann es einfach mit Fortfahren bestätigen. Und damit stünden sie mir beim Export zur Ausgabe auch als SRT zur Verfügung. Wollte ich wiederum auch meine ITT Version behalten, kann ich anstatt ihnen die neue Subrolle zu vergeben, sie einfach per Rechtsklick erst in eine beliebig andere Sprache duplizieren und kann dann den Duplikaten einfach die gewünschte Rolle oder Subrolle vergeben. Auch hier mache ich das gleiche nochmals, um auch 608 Untertitel zu erstellen. Und drücke ich nun Command E um meinen Film mit meinem Standardziel zu exportieren, stehen mir damit bei der Ausgabe alle drei als zusätzliche Ausgabeoptionen unten im Rollenfenster zur Verfügung. Ich kann unten also entweder einzelne oder auch alle Untertitelrollen durch Anwählen als Datei ausgeben. Diese kann ich dann neben meinem Film selbst beispielsweise zu YouTube oder Vimeo hochladen. Aber darüber hinaus ist noch ein weiterer Knopf hinzugekommen. Und zwar ganz oben rechts auf dem Balken im Abschnitt für das Einstellen meiner Videospurrollen gibt es einen neuen Knopf Untertitel für noch weitere Untertiteloptionen. Klicke ich einmal darauf, öffnet sich ein kleines Fenster mit zwei weiteren Popup Menüs und damit zwei weitere geniale Möglichkeiten meine Untertitel in meinen Film einzubinden. Und zwar als erstes die Möglichkeit, Untertitel im CEA 608 Format, insofern vorhanden, direkt in meinen Clip einzubetten. Darunter dann etwas, was ich mir gewünscht habe und wie ich weiß viele andere auch, nämlich die Möglichkeit meine vorhandenen Untertitel, die bisher nur als Zusatzdatei auszugeben waren, alternativ auch direkt in das Bild einzubringen. Ich binde einfach mal meine 608 Titel ein, nehme mal meine SRT Untertitel als eingebrannte und gebe das ganze mal aus, dass wir uns das in der Praxis mal anschauen können. Habe ich den Clip nach der Ausgabe geöffnet und spiele es mal ab, dann sehen wir, wie meine SRT Untertitel tatsächlich ins Bild eingebrannt sind. Darüber hinaus aber habe ich auch einen weiteren Knopf rechts in der Steuerleiste von QuickTime Player, der nicht ganz zufällig das gleiche Symbol hat, wie der Knopf für die Untertitel Option, welche wir gerade in Final Cut Pro gesehen haben. Klicke ich darauf, bekomme ich ein zusätzliches Menü, wo ich ganz unten meine eingebundenen Untertitel hinzuschalten kann. Mache ich das und spiele den Clip erneut ab, sehen wir, dass ich gleich zwei Untertitel gleichzeitig habe. Natürlich mit dem Unterschied, dass ich nur die einen bei Bedarf abschalten kann. Dann gibt es allerdings sogar noch etwas, und zwar wenn ich den explotierten Clip mit den eingebetteten Untertitel wieder in Final Cut importiere, sehe ich, dass es ein neues Icon bekommt, mit einer kleinen Sprechblase oben links, was mir signalisiert, dass dieser Clip eingebettete Untertitel hat. Und als ob das nicht schon genug wäre, schneide ich es obendrein noch in mein Projekt zurück, kann ich es sogar rechtsklicken und weiter unten den Punkt Untertitel extrahieren wählen. Woraufhin automatisch die eingebetteten Untertitel als editierbare Untertitel über meine Timeline erscheinen. Bildgenau, so wie sie in dem Clip vorhanden sind. Das finde ich schon ziemlich cool. Im Übrigen, wenn wir auch mal in das Einstellungsfenster für den YouTube Export aus Final Cut Pro schauen, sehen wir beide Möglichkeiten auch hier ganz unten. Das Ausspielen einer gesonderten Untertiteldatei fällt also gänzlich weg. Ich kann direkt von hier eventuell erstellte Untertitel gleich automatisch mit meinem fertigen Film hochladen oder eben einbrennen. Eine wirklich hervorragende Neuerung aus meiner Sicht. Im Abschluss zum Thema Final Cut Pro noch ein paar eher kleine, aber doch zum Teil sehr feine Neuerungen. Zum einen wahrscheinlich etwas, was vielleicht den meisten noch nicht mal aufgefallen ist. Und zwar wenn man jetzt eine verbundene Handlung in seinem Projekt hat und man bisher versucht hat, diese mit anderen Clips auszuwählen, dann wurden immer nur die einzelnen Clips, aber nie die ganze Handlung ausgewählt. Eine scheinbare Kleinigkeit vielleicht, aber eine die mich fast jedes Mal total irritiert hat, da man dann mühselig alles manuell auswählen musste. Jetzt ist es aber so, dass wenn man von der Seite auswählt, damit noch immer die einzelnen Clips ausgewählt werden, kommt man aber von oben, dann wird die gesamte Handlung ausgewählt. Hurra! Dann haben wir noch eine neue Kategorie an Comic-Filter bekommen. Hier findet man nun sechs neue Filter, die genau genommen alle der gleichen Filter sind, nur jeweils anders voreingestellt. Obwohl ich anfangs dachte, naja, eher wieder so eine Spielerei. Nachdem ich allerdings ein wenig mit ihnen rumgespielt habe, muss ich gestehen, dass man damit einige doch sehr interessante Looks erzeugen kann. Ich denke, wenn man das richtige Material verwendet, also Material, was insgesamt sehr kontrastreich ist, kann man bestimmt sehr natte Sachen damit anfangen, wenn man es als Stilmittel verwendet. Vor allem in üblicher Final Cut Manier, alles in Echtzeit. Was natürlich nicht zu unterschätzen ist. Zum Abschluss noch, was sich in Motion und Compressor getan hat. Was, wie meistens, bei weitem nicht so viel, aber teilweise auch nicht minder interessant ist. Denn neben dem gleichen Comic-Filter und dem neuen Tiny Planet Mapping für VR-Material, hat Motion jetzt endlich auch die gleichen Farbkorrektur-Werkzeuge bzw. Filter wie Final Cut bekommen. Eine doch sehr willkommene Neuerung. Das heißt ich kann jetzt mein Material in Motion genauso wie in Final Cut mit Farbton und Sättigungskurven, Farbräder und normalen Farbkurven Korrigieren und sogar mit eigenen LUTs versehen. Wobei das nicht nur funktionell eine super Sache ist, sondern eröffnet auch viele neue Möglichkeiten um Filter und Effekte für Final Cut zu bauen. Da darf man, denke ich, gespannt sein, was so alles kommt. Nur doof dass es noch immer keine Scopes gibt, aber vielleicht in der nächsten Version. Aber zum Abschluss in Sachen Motion auch wieder etwas, was ich glaube sehr viele begrüßen werden. Und zwar aus meiner Sicht auch recht überfällige Verbesserung an der sogenannten Core Text Engine. Diese sorgen für eine genaue Anzeige arabischer Buchstaben, indischer Vokalzeichen in Devanagari, sowie thailändischer Diakritika wie sie heißen. Aber noch viel wichtiger, naja jedenfalls für mich, da ich leider keins dieser Sprachen kann, man kann nun auch Emojis einsetzen und sie werden tatsächlich korrekt angezeigt. Etwas für die, die es nicht bemerkt hatten, komischerweise bisher weder in Final Cut noch Motion ging. Und zu guter letzt, bei Compressor haben sich auch einige Dinge getan. Neben der Tatsache, dass es nun auch tatsächlich endlich auf 64 Bit portiert wurde, hat wahrscheinlich noch gar keiner gemerkt, was zum Beispiel bei sehr hoch aufgelösten Dateien und Projekten einen merklichen Geschwindigkeitsvorteil bringen dürfte, kann man damit jetzt auch SRT-Untertitel nicht nur betrachten, sondern sogar auch bearbeiten und natürlich auch ausgeben. So, und das war's auch schon wieder von meiner Seite aus. Was haltet ihr denn von dem Ganzen? Welches der neuen Feature gefällt euch denn am besten? Habt ihr vielleicht sogar irgendwas entdeckt, was ich nicht erwähnt oder einfach übersehen habe, dann schreibt es mir unten in den Kommentaren. Ich würde mich freuen, von euch zu hören. Und wie immer, diverse Links und Infos findet ihr unten in der Beschreibung. Und wenn euch das ganze gefallen und vor allem geholfen hat, dann spendiert mir doch einen Daumen hoch, die größte Motivation für mich hier auch weiterzumachen. Und wie schon gesagt, abonniert ihr den Kanal und klickt obendrein noch die kleine Glocke, die erscheint. Dann werdet ihr auch sofort über meine neuen Inhalte informiert, sobald ich sie hochlade. Zum Beispiel auch mein Clip über die tolle neue Frame.io Erweiterung, an der ich arbeite. Sobald es fertig wird. Ich würde mich freuen. Bis dahin, vielen Dank erstmal fürs Zuschauen.